Äh, Basketball macht richtig Spaß. Ich habe mich zur Basketball AG angemeldet, weil keine AG zu gehen wäre faul. Hi, ich bin Felix, sportlicher Koordinator von Basketball Macht Schule. Zu meinen Aufgaben zählt die Betreuung und die Ausbildung unserer Übungsleiter. Ich bin Elm, ich bin 18 Jahre alt und ich leite die AG an der Bilderschule. Hi, ich bin die Selina, ich bin 24 Jahre alt und ich leite die Basketball AG an der Anna Schmidt Schule. Das ist jetzt mein erstes Jahr bei Basketball Macht Schule und ich habe jetzt schon drei AGs und es macht mir super viel Spaß. Ich habe mich angemeldet, weil Adam sehr gut erklärt und mit Adam zu spielen macht Spaß. Ich liebe die Arbeit mit Kindern und deswegen bin ich auch Trainerin, vor allem Basketball. Ich habe die Kinder seit der fünften Klasse und meistens sogar bis zur neunten und man sieht einfach einen enormen Fortschritt und das finde ich einfach klasse. Mein Vater ist gut beim Basketball und ich wollte auch so gut sein wie ihn. Ich bin ein bisschen schlecht, darum bin ich hier angemeldet. Beim Basketball macht mir vor allem auch das Körper viel Spaß. Wie ich dribble und die Regeln habe ich gelernt. Mir liegt vor allem am Herzen, dass die Kinder Spaß an der Bewegung haben. In der Basketball AG habe ich mich verbessert und werfen. Das meiste konnte ich zwar schon. Meine Ausdauer hat sich auch schon ein bisschen verbessert. Also der Adam, also er ist ein guter Trainer. Manchmal ist er ein bisschen streng. Basketball macht Schule hat keinen Leistungsgedanken, sondern wir wollen möglichst vielen Kindern Spaß an Bewegung vermitteln. Unsere Trainerin, Frau Bogun, hat mir sehr viel beigebracht. Wie man zum Beispiel richtig den Ball hält, wenn man auf den Korb wirft. Wir dürfen auch meistens entscheiden, was wir spielen und sie spielt auch meistens mit. Er macht es gut, weil wenn er es nicht gut kann, wieso ist er dann als ein Basketballlehrer geworden? Nächste Mal möchte ich mich auch in der Basketball AG anwenden. Weil ich mich noch mehr verbessern will. Die Anna-Schmidt-Schule und besonders auch die Kinder in der AG würden sich sehr, sehr freuen, wenn dieses Projekt auch nächstes Schuljahr wieder stattfinden kann. Fraport! Schreie! Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Dank Ihrer Spende können wir auch im nächsten Jahr wieder Tausenden von Kindern Spaß an Bewegung vermitteln. Ich werde sehr traurig, wenn das nächste Basketball AG nicht stattfindet. Ich habe von den Trainern sehr viel gelernt und dafür bin ich dankbar. Dankeschön. Danke. 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 Vielen Dank.